Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Köln. Bundesliga 2023-2024, 17 Spieltag. RCFC Köln gegen RCFC Heidenheim. Endgibnis 1 zu 1. Startelf. RCFC Köln. Schwebe, Carsten Sen, Hübers, Schabot, Riekefe, Hasenbasik, Bartell, Tillmann, Kainz, Beidner, Selke. Startelf und RCFC Heidenheim. Müller, Busch, Mankar, Griemberg, Frönenbach, Malony, Teuerkauf, Diki, Pidner, Perste, Kleindienst. Das war's von RCFC Köln gegen RCFC Heidenheim. 20.20 Uhr.